So, 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 YouTube. Hallo, herzlich willkommen zurück zu Kingdom Come Deliverance. Ja, wir haben ein Verbrechen begangen. Wir werden mal gucken, was das soll. Ey, erstmal schlafen wir. Jetzt habe ich gerade gespeichert aus Versehen, weil ich nicht daran gedacht habe, dass wir einen Retterschnaps hatten. Ähm, schlafen. Und diesmal schlafen wir bis, äh, ja, bis sieben oder so. Komfort nur 50%, Sattheit 87, Energie 74, 80, 86, 93, 99, 100. Okay, ab 6 werden wir auch komplett aufgefüllt. Gut, Komfort ist jetzt nicht der beste. Dann müssen wir mal gucken, ob wir uns da verbessern können. Spiel gespeichert. Ah. Ah, wir schlafen mit ihm zusammen. Äh, aufstehen. Nicht schlafen. Ich würde aufstehen. Escape ist aufstehen, nicht eh. Verdammt. So. Ah, die Morgenluft. Aus dem Topf essen. Sehr schön. Guten Morgen, Köter. Wir sind gewaschen. Wir sehen gut aus. Wir sind vorbereitet auf alles, was da kommen mag. Blumenkind haben wir auch noch. Oh, wir sind sogar überfressen. Überfressen. Sattheit 104. Ja gut, äh, ich meine. Irgendwann gibt es keinen Löwenzahn mehr in diesen Ländereien. Und dann könnt ihr euren Kindern erzählen, wie ist der Löwenzahn ausgestorben. Ja, ein Spieler in Kingdom Come Deliverance hat ihn komplett im Böhmen abgesammelt. Ob es dafür einen Erfolg gibt? Alle Pflanzen im Böhmen gesammelt? Ich glaube nicht. Aber es ist auf jeden Fall trotzdem immer gut, ein bisschen Geld mitzunehmen. Wenn man Richtung Stadt aufbricht, nicht wahr? Ja, mit dem Verbrechen müssen wir mal gucken, ob das jetzt irgendeine Auswirkung hat. Ich hoffe nicht. Oder ob wir vielleicht kampfbereit sein sollten. Ja, vielleicht wäre auch ein Axtlehrer gar nicht so schlecht. Man lernt zwar immer Schwert, aber ich will ja kein Schwerkämpfer werden, nicht? Wir wollen Bogenschütze mit Einhandachs werden. So ein Ding ist das nämlich. Hoffentlich hat das zweite Spiel beim Einsammeln keine Animation mehr. Das nervt. Finde ich gerade nicht. Ich finde, das ist genau richtig. Weil du hast auch einen Effekt dadurch, dass du dich bückst. Weil du sammelst nach und nach immer mehr Pflanzen im Umkreis. Und nicht nur noch eine. Und das holt dich halt komplett in diese realistische Welt rein. Das ist so ein bisschen wie Richtung Hydron hier. Wo du halt auch nur einen Gegenstand nerven kannst. Klar kannst du sagen, man, bei Hydron hier nervt es nur ein Gegenstand umherzuschleppen. Aber das ist ja quasi die Welt, die du einatmen sollst. Und in dieser Welt hier ist halt auch alles realistischer, nicht? Du musst wirklich alles von Hand machen. Selber machen. Und du musst ja nicht so viel sammeln wie ich. Also ich bin Kräuterkunde Level 10, weil ich mich ständig bücke. Das ist halt auch vielleicht ein bisschen übertrieben. Ich meine, wir sind gerade mal am Anfang. Aber ich bin nun mal einfach ein Kräutersammler. Liebe es halt einfach. Ich finde die Ansichten im Hintergrund schön, die man hat. Und das bringt auch ein bisschen Ruhe rein. Nicht dieses hektische... Ich mag das Reiten zum Beispiel auf Pferd später gar nicht. Weil es mir zu hektisch und unruhig ist. Ich glaube, ich werde auch nur auf Pferde ausweichen, wenn ich halt muss. So wie beim Start, wo man wegrennen muss. Aber ich finde das halt super schwer zu kontrollieren. Und beim Laufen sieht man halt doch die ein oder andere schöne Sache. Was ist hier los? Was ist das? Hey, du! Halt! Ergib dich! Du bist ein Verbrecher und... Wäre es anderswo geschehen, würde ich ein Auge zudrücken. Aber hier ist es verboten, nach Einbruch der Dunkelheit ohne Licht zu gehen. Besonders in solch unruhigen Zeiten. Das wird teuer. Oh, das Licht ist es. Du wirst lernen, dass Verbrechen sich nicht lohnen. Okay. Zehn! Zehn sollen wir zahlen. Ja, okay. Ich habe nicht genug Geld. Mir wurde ein geheimer Auftrag erteilt. Vorsicht, ich stehe im Dienste von Herrn Ratai. Leg dich nicht mit mir an. Okay, ich sollte der Wache nicht drohen. Ich sage, ich wurde in einem geheimen Auftrag erteilt. Pass auf, ich sage dir die Wacht. Aber du darfst es keinem verraten. Der Herr von Ratai schickte mich auf geheime Missionen. Und dafür muss ich manchmal das Gesetz beugen. Hältst du mich für so dumm, dass ich auf so eine Geschichte reinfalle? Keine Chance. Scheiße. Wir zahlen. Was kann ich schon tun? Bitte sehr. Du hast für deine Verbrechen bezahlt. Ich hoffe, du lernst was draus. Zehn Groschen haben wir verloren. Zehn hart erarbeitete Groschen. Schweinerei ist das. Den ehrbaren Bürger um sein Geld bringen. Die Wachen haben sie nicht mehr alle. Stimmst du mir zu, der alte Ruch? Guten Tag. Wie kann ich helfen? Okay. Müge Gott über dich wachen. Die schlafen ja auch noch alle. Ja, vielleicht sollten wir uns dann eine Fackel besorgen bei irgendjemandem. Kessel zum Kochen, Körbe für den Einkauf und Fackeln für die Nacht. Ich habe alles. Wo kriecht denn eine Fackel? Er hat doch gerade geschrien, nicht? Er hat alles. Fackeln für die Nacht? Hat er doch gerade gerufen, oder? Hat er sogar. Glück und Gesundheit. Hallöchen. Lass uns handeln. Hast du eine Fackel? Okay. Er hat wirklich eine Fackel. 1,9. Naja, gut. Falls wir hier nochmal nachts auftauchen. Ich kann mich auch wieder erinnern, was beim letzten Mal passiert ist in dem Spiel. Oh, Augentrost. Achso, kaufen. Alles klar. Ich dachte, ich kann verkaufen. Okay, die kauft er nicht. Äh, achso. Zurück. Falschen. Oh, wir sind natürlich clever. Oh, wir sind natürlich clever. So, Ruf verbessert. Okay, eins können wir gedrückt halten, um die Fackel zu benutzen oder ein Trank des Nachtfalken. Äh, nochmal zum Schuster, oder? Mal gucken, ob der inzwischen vergessen hat, was gestern passiert ist. Wo ist denn der Einbruch der Dunkelheit? Na, das war doch eben. Wir sind doch eben nachts hier rumgelaufen. Das war ja nur der Hinweis gerade, dass ich bei Einbruch der Dunkelheit dann Licht brauche. Ich glaube, in diese Falle soll man absichtlich auch laufen, damit man die Erfahrung mit dem Wachen und den Dings macht. Ah, kein Spieler da. Ich dachte, ich kann mein Geld zurückholen. Aber trotzdem ist es ein bisschen... Ja, nicht? Es könnte zum Beispiel sagen, gay, aber nicht ohne das Licht raus oder sowas. Eventuell hat Theresa das sogar gesagt. Und man hat es vielleicht einfach nicht wahrgenommen, nicht? Aber ich weiß zum Beispiel, im ersten Spieldurchgang, den ich hatte, saß ich beim Würfeln in der Taverne und es wurde Nacht währenddessen. Und als ich aufgestanden bin, danach wurde ich umgebracht, weil die Wache mich nicht mehr mehr festgenommen hat, sondern ich schon im Kampf direkt mit ihr war und zwar so, dass ich auch nicht mehr aufgeben konnte. Weil ich halt die ganze Zeit saß, während sie gesagt hat, gib auf! Ergebel dich! Aber ich war ja in dieser Spielanimation drin und bin da nicht rausgekommen. Und das war ein bisschen scheiße. Ich glaube, war sogar die Taverne. Kannst du eine Runde würfeln? Oh, 25. Nee, wir setzen... Komm, ich brauch das Geld. Neun. Wir gehen all in. Wieso habe ich mich darauf eingelassen? Ich verliere wieder alles. Ja, hoffentlich. Oh Mann. Aber wenn ich das sehe, verlieren wir ja alles. Oh. Ah, shit. 300? Ach, 300 ist nix, oder? Du schreckst von nichts zurück, was? Shit. Hätte ich mal die 300 genommen. Hätten wir wenigstens 300 gehabt. Die Animation beim Pflücken soll bei der Kamera sonst first person sein. Wäre auf jeden Fall ganz cool, nicht? Wäre eigentlich eine gute Verbesserung. Shit. Und er hat schon 1050. Oh, kacke. Hm. Aber jetzt wird's was. Bitte überreiz dich. Wir müssen jetzt mal eine 2000 würfeln. Sehr gut. Komm, 2000. Oh Mann. 600. Nehme ich die? Ich geh auf Risiko. Ja. Shit. Hätte ich mal die 600 genommen. 600 ist schon ganz gut. Ihr seht schon, die 9 verlieren wir auch noch. Das war's. Ich hätt's lassen sollen. Oh, gut. Jetzt müssen wir aber. Das Würfelglück muss uns doch mal Holz sein. Ah, ist es aber nicht. Besser, dann kriegst du sowas wie 300. Okay. Komm, damit wir überhaupt was haben. 450. Sonst haben wir gar keinen Abstand. Jetzt hätten wir schon 1050, so viel wie er, nicht? Wenn ich die 600 genommen hätte. Hm. Aber jetzt wird's was. Hm. 1450 hat er. Wenn wir jetzt einen Tausender hätten. Das ist doch kacke. Jetzt 4 Einsen, bitte. Komm. Du schreckst von nichts zurück. Unter 400 würfeln wir. Denk mal nach, Mann. Du wirst alles verlieren. Jetzt werden's 300. Ach komm. Was soll ich mit 350? Du schreckst von nichts zurück, was? Ja, komm. Geschenkt. Aber jetzt wird's was. Das Spiel funktioniert so ein bisschen wie Kniffel. Haben wir in den vorigen Sessions schon ausführlich uns angeguckt. Guckt einfach die alten Videos, dann wisst ihr es. Verdammt. Oder wie Macke oder sowas, könnte man auch sagen. So. Die 300, die lass ich. Das bringt mir nix. Wir brauchen hier drei Sechsen oder irgendwas. Ja, es ist... Denk mal nach, Mann. Du wirst alles verlieren. Was soll ich denn verlieren? 300 Punkte oder was? Also an deiner Stelle würde ich das Glück nicht herausfordern. Ja, 450. Haben wir wenigstens 900. Ah, Mann. Die 600 ärgern mich. Dann wäre ich jetzt noch in Führung, ne? Das geht hier um zehn wertvolle Taler. Oh, jetzt zieht der auch noch durch. Der ist noch nicht betrunken genug, nicht? Am Morgen. Das war's. Mal sehen. Bitte, bitte, bitte. Nix mehr. Oh, Mann. Das lässt er doch jetzt. Soll ich oder nicht? 2-2 hat er schon. Wir brauchen jetzt wirklich mal einen guten Wurf. Ich könnte hier eins... Ah, komm. Das bringt halt nix. 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 Nix wirfe ich. Ja. Also an deiner Stelle würde ich das Glück nicht herausfordern. Glücksspiel ist scheiße. Halb so wild würde ich sagen. Glücksspiel tut euch nicht gut. Oh, Mann. Ich glaube, unsere Schuhe werden wir nicht wieder rauskriegen durch diese Runde. Ah, die Würfel sind doch hier gezinkt. Aber jetzt wird's was. Verdammt. Sehr gut. Das brauchten wir. Das Glück ist wieder auf unserer Seite. Ganz ehrlich, 450. Ich nehm die. Das ist egal. Bin fertig. Ah, 2.800. Oh, yes. Da ist es. Doch nicht. Ich dachte, es sind drei. Oh, doch. Doch, 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 doch. 600. 700. Nehme ich. 2050. Wir sind dran. Aber wenn er nur einen guten 1.200er Wurf hat, sind wir weg. Und das geht ganz schnell. Mal sehen. Man kann's nicht erzwingen. 3.150. Jetzt brauchen wir was. Ach, ne 1. Okay, dann nehm ich nur eine. Haben wir mehr Chancen, was Gutes zu würfeln? Also, an deiner Stelle würde ich das Glück nicht herausfordern. Oh, ja. Das ist gut. Weiter. 800. Wir müssen. Wir müssen jetzt gewinnen. Oh, ja. Nochmal. Jetzt ist das Glück und Zoll. Ach, komm schon. Lass mich wieder aufsehen. 3.250 haben wir. Das dürfen wir nicht überreizen, unser Blatt, ne? Shit. 500 fehlen. Aber das kann ich nicht machen mit zwei Würfeln bei 1.500. Och, ne Straße. So ein Dreck. Meins. Ne. Jetzt rollen wir es uns wieder. Jetzt erst recht. Ich würde gern würfeln. Lust auf ein Spiel? Jetzt hat er uns. 19. 19 setze ich. Und wenn es das letzte ist, was ich tue. Ich vergehe und führe meine Hand. Und wenn ich Kräuter dafür holen muss. Ohne Ende. Wow. 650 ist ein guter Start. Es gibt auch einen Wurf, da kann man direkt 4000 bekommen. Ich glaube, das sind 5 Fünfen oder so. Ich muss man halt mit einem Wurf haben. Vorbei. Deswegen. Der einzelne Wurf ist uns holt, hoffe ich. Das schon mal gut. 500. Deswegen ist es eigentlich gefährlich, den Gegner würfeln zu lassen. Drei Würfel. Ne, komm. 500 ist okay. 1.150 als Vorsprung. Der kann zwar schnell schmelzen. Oh, eine 5 und er hätte gewonnen. Oh, ist das so gefährlich. Mal sehen. Jetzt geht es wirklich um Geld. Um 20 Groschen. Wir brauchen die Schuhe. Obwohl, wir gewinnen hier nur 10 Groschen, weil wir 10 vorher verloren haben. Oh, nein. Jawohl. Und jetzt der 3000er Wurf. 4 Sechsen oder sowas. Bittige Winnie. Oh, shit. Was bedeutet, das bringt hier gar nichts, nicht? Wenn ich das mache, ja. Er hat schon recht. Das ist ja ein 300. Ah, komm. Nehmen wir. Nur die drei wieder. Der würfelt verdächtig dicht an Straßen. Das war's. Vorbei. 750 hat er nur. Die Hälfte von uns. Jawohl. Da. Sehr gut. Lass ich. 1000. Machen wir nicht weiter. Weil ich keine 5 oder sowas noch hab. Oh. Du bist. Ja, die lässt er natürlich. Gut, dass wir die 1000er davor hatten. Oh. 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 250 ist es mir nicht wert. Ja, hätte ich mal 250 gelassen. Aber was soll ich mit 250? Wenn ich... 1550 brauchen wir noch. Jetzt holt er natürlich auf, wenn ich Pech hab. Ja, hat er noch eine 1 dabei. Und eine 5. Wenn er die nicht lässt... Oh, Idiot. Hoffentlich. Bitte. Verdammt. Ja. Und da sind die 1000. Die nehm ich. Um 550 sollten wir doch wohl in der nächsten Runde zusammenkriegen. Man kann's nicht erzwingen. Jetzt hat er einen 1000er gehabt. Oh, ja. Ja, wir haben's. 750. Jawohl. Wir haben 10 Groschen gewonnen. Sehr schön. So, wir waschen uns nochmal. So, wo war der Schuster? Da vorne. Ich hab alles verloren. Mein Heim, meine Familie, mein Ausgang. Hallo, Herr Schuster. Oh, wartet mal. Ich hab ne Idee. Wir reden mit ihr. Gott sei mit dir. Wie kann ich helfen? Ich hoffe, die hat keinen zusammenhängenden Rufen mit ihm. Ich kann nur wo Gott über dich wachen. Hat sie nicht. Sehr, sehr geil. Dann können wir sie nämlich bei ihr einmal versuchen. Äh, wir wollten die Schaft oder die Arbeiter. Die Arbeiter wären noch besser, oder? Für ne ganze Weile. Wir haben 100. Hätten wir noch 70. Ach komm. Wer nicht investiert, nicht? Ah, die Stiefel sind gar nix mehr wert. Reden wir über den Preis. Klar, warum nicht? Wir dürfen auch hier nicht überreizen. Die sind, glaube ich, sehr schnell angesäuert. 28,5. Zufrieden? Nur ein wenig mehr und wir kommen ins Geschäft. Sie ist unsicher. Da können wir rein. Ah. Ja, sie ist auch nicht so pissig. 29,5 oder 29? Also da gewinnen wir auf jeden Fall. Hätten wir 1,5 gespart. Ja, das sollte passen. Sehr gut. Für 29. Und wir haben 10 gewonnen. Also haben wir die Schuhe für 10 bekommen quasi. Oh, die Brötchen sind nicht mehr gut. Aber wir sind doch satt. Guck mal. Jetzt haben wir schöne Schuhe an. Und hier sieht man auch nicht, er dreht sich einfach auf den Boden, so wie das früher bei Spielen war. Heutzutage tippen die Charaktere beim Drehen ja immer. Wobei ich diese direkten Eingaben wie in dem Spiel hier einfach super mag. In neuen Spielen ist das immer so schwammig und die Kamera schwankt so ein bisschen nach, nicht? So wie bei GTA 5 oder so. Gut, das ist meistens Third Person. Kann ich gar nichts mit anfangen. Gut, GTA 5 ist auch uralt, aber... Okay, dann ab zum König, würde ich sagen. Obwohl, 25 Minuten, wenn ich jetzt zum König gehe. Ich würde sagen, das sind sehr lange Zwischensequenzen, wenn wir Pech haben. Vielleicht machen wir das lieber doch am nächsten Tag. Auf jeden Fall ist Kräuterkundler für den Anfang nicht, dass man sich so ein paar coole Sachen kaufen kann, sehr gut. Gerade wenn man nicht sehr gut kämpfen kann. Für jemanden, der gut kämpfen kann, ist es wahrscheinlich einfacher, einfach einen Banditen irgendwo auf dem Weg zu finden und niederzuknüppeln. Um dann eine entsprechende, ja, Verkaufserlös zu bekommen. Das bleibt mir an und wichtig. Das ist doch noch geschafft. Aber wir können uns das nicht leisten. Ich bin einfach zu schwach. Guck mal, mit Eimerbücken haben wir jetzt alles eingesammelt. Zack. Weil wir schon so gut sind. Und nachher auf richtig geilen Blumenwiesen wird das noch geiler, wenn wir uns da einfach hinhocken und dann ist die halbe Wiese leer. Es ist einfach so eine Pracht. Das ist einfach so pures Lootglück. Und wenn man dann noch diese 15% auf Kräuter bringen mehr hat, dann macht man halt richtig fetten Reibach. Und die Kräuter werden ja auch exotischer, nicht? Also wir sammeln ja gerade hier die heimischen Sachen ein, die wir finden können. Wie Löwenzahn und kriegen dafür Geld. Und wenn wir später aber sowas wie Tollkirschen und sowas finden und Co., dann ist das natürlich noch viel, viel besser. So, das ganze Unkraut gereinigt, nicht? Achso, er macht mit denen... Hey, sing weiter! Ich wollte dich nicht stören. Guten Tag, wie kann ich helfen? Lass uns handeln. Oh, wartet mal. Bevor ich handel, habe ich nicht noch... Ne. Dachte, ich habe vielleicht noch einen Punkt bekommen und kann hier noch auf Botanica gehen. Schade. Lass uns handeln. Verkaufen. Wir wollen die Brennnesseln verkaufen. Die Disteln. Das Johanniskraut. Die Kamille, aber da wollen wir zwei aufheben. Den Löwenzahn. Die Minze, da wollen wir aber auch zwei aufheben. Die Mondblumen, da wollen wir aber auch zwei aufheben. Und den Seilball wollen wir auch zwei aufheben. Das ist alles, was ich gesammelt habe. War ja doch gar nicht so viel für 23, aber dadurch sind die Schuhe doch wieder drin. Reden wir über den Preis. Ja, reden wir mal. Ja. Jetzt falschen wir ordentlich. 25. Sind wir uns einig? Wir kommen der Sache näher. Noch etwas weniger. Ja, bei dem Betrag kommen wir zusammen. Ja, gut. Ruf verbessert, das ist wichtig beim Handeln. Was? Sacra? Sacra bleu? Brot, Brot, Semmeln und Brezeln, Knoblauch, Karotten, rote Beete, Zwiebeln, alles frisch vom Feld. Ja, ja, alles frisch vom Feld. Und vor fünf Wochen geerntet. Man kennt's. Dann waren wir doch mal. Ja, vielleicht können wir erstmal die Burg erkunden. Oh, hier geht's. Achso, da ging's nur runter. Hier waren wir noch nicht, oder? Unten? Aber ich glaub, da ist eh nix. Nur Flüchtlinge. Topf zu essen. Gegenstand kochen. Aus dem Topf essen. Verfreute Äpfel. Schwein haben sie. Brennnesseln. Oh. Schloss knacken. Gut. Flüchtlinge beklauen. Die Armen hier, die haben eh nix. Warum sollte ich ihnen das wegnehmen? Dafür, dass sie aber hier gerade erst vor zwei Nächten angekommen sind, haben die sich schon recht viel aufgebaut, muss man mal sagen. Wobei man natürlich auch einfach nach Skala zurückgehen könnte, nachdem es wieder aufgebaut, äh, verlassen wurde von der Armee, nicht wahr? Wäre ja auch eine Option. Oh, Schweinesteuer, jetzt stinken wir wieder. Oh. Wenn das nicht der Sohn des Schmieds ist. Potzblitz, er ist's wirklich. Was machst du hier? Wir haben geglaubt, mit dir wär's aus. Ich wurde in Skarlitz überfallen. Banditen überfielen mich in Skarlitz. Und warum bist du zurückgegangen? Wen außer Halsabschneidern und Strauchdieben hast du erwartet? Ich wollte meine Eltern begraben. Oh, verstehe. Dein Vater kämpfte wie ein Löwe. Mein Beileid. Er hat mein Leben gerettet. Unser aller Leben. Er war ein guter Mann. Und du hast recht getan, ihn zu begraben. Aber das habe ich nicht. Ich konnte ihn weder retten noch beerdigen. Was hättest du in Skarlitz schon tun können? Hättest du gekämpft, wär er jetzt beide tot. Er hat sein Leben für dich gegeben, Heinrich. Also mach lieber was draus. Stimmt. Was genau tust du hier eigentlich? Ich möchte zu Herrn Ratzig. Ich muss Herrn Ratzig sprechen. Ist er da? Er ist in der Burg mit Herrn Hanusch von Ratai. Sie essen in der Ritterhalle. Was willst du von ihm? Mein Vater schmiedete ihm ein Schwert. Er bat mich es, Herrn Ratzig zu bringen. Ich sehe kein Schwert. Banditen überfielen mich und stahlen es. Ich muss seiner Lordschaft sagen, was passiert ist. Und dann werde ich es wiederfinden. Sicher wirst du das, Heinrich. Viel Glück. Danke. Sehr gut. Jaroslav und Janek haben überlebt. Das ist doch schon mal was. Und er hat einfach aufzusingen. So, und was haben wir hier noch? Bürger, Wächter. Dürfen wir hier hin? Schlossknacken, sehr schwer. Privater Bereich. Hey, was sind drei Teufelsnamen? Glaubst du, was du da machst? Ja, ja, ich gucke ja nur. Ich gucke ja nur. Da waren wir schon, nicht? Da gibt es wieder... Oh. Schöner Turm auf jeden Fall. Erinnert mich ein bisschen an die... Zitadelle Berlin. Die hat auch so einen Turm. Stehen, stehen, stehen. Vor allem frage ich mich, wie die herausfinden wollen, dass ich ihren Apfel gestohlen habe, nicht wahr? Und der als gestohlen markiert wird. Wieder ein Schweinestall. Ah, super. Äh, ja. Dann geht es eigentlich nur noch hinauf, nicht wahr? Da geht es zu den Königen, die hausen. Und hier wahrscheinlich auch. Okay. Da will ich jetzt nicht in der Falle laufen. Sonst kommt eine ewig lange Zwischensequenz. Hm? Wir wollen aber die Aussicht genießen vom Turm. Na, guck mal. Hier können wir seitlich Stadtmauern entlang gucken. Ah, ist schon geil gemacht. Also wenn man auch bedenkt, dass die viel realistisch abgescannt und nachgebaut haben, nicht? So ein bisschen wie Männerlords. Da haben die das ja auch gemacht. Ich meine, die ganze Region wurde historisch analysiert von Historikern und für das Spiel aufbereitet, wie sie damals ausgesehen hätte. Und das macht viel, viel aus für die Stimmung. Auf, auf! Ab auf den Turm! Oh, hier dürfen wir nicht sein. Hier ist niemand. Alles okay. Ist jemand im Turm? Oh, ich drücke mal P. Ich weiß nicht, warum. Wahrscheinlich wird es schon eine Wache oben im Turm geben, nicht? Oh, oh. Hey, was sind drei Teufels Namen? Glaubst du, was du da machst? Wenn du dich nicht verpisst, gibt's Ärger. Wer denn? Was? Niemand. Niemand war oben auf dem Turm. Schade. Ja, dann brauchen wir einen besseren Schleichskill, um da hochzukommen, nicht? Gut. Aber für die Aussicht. Leider kann man von... Nicht von der Seite rausgucken, nicht? Das ist das Höchste, wo man... Wo man gucken kann halt. Sonst. Er ist wieder ganz oben. Na gut. Shit. Dero Gnaden. Ich sage euch allen Ernstes. Unser Land steckt in der Scheiße. Tief in der Scheiße. Denkst du nicht auch? Ich hätte es wohl nicht so eloquent formuliert, Hanusch. Doch da man mich aus meiner eigenen Burg vertrieb, bin ich geneigt zuzustimmen. Nun denn. Burg Pirkstein ist dein, solange du ihrer bedarfst. Für dich und deine Männer ist in Ratai genug Platz. Und ich bin sicher, mein Mündel hat keine Einwände, dass ich dir seine Burg leihe. Oder nicht? Es ist eine Ehre. Pirkstein steht dir zur Verfügung, solange du wünschst. Und ihr habt ja auch noch weitere Burgen, nicht wahr? Jedenfalls bin ich euch beiden zutiefst verbunden, Herr Hans und Herr Hanusch. Ich rede wirklich ungern schlecht über deine Leute, Herr Ratzig. Aber nun, die Städte und Flüchtlinge haben nichts füreinander übrig. Es ist von Übergriffen, die Rede. Sie werden sich damit abfinden müssen, bis sich die Lage normalisiert. Aber wann wird es enden? Und worum in Gottes Namen geht es bei diesem Krieg? Ich sage es ungern, aber ich verstehe es nicht. Nicht nur für dich, Pater. Ich denke, Siegesmund hatte ursprünglich vor, Wenzel zu überreden, die Kaiserkrone anzunehmen und ihm Böhmen zu überlassen. Kein Wunder. Ich weiß, Wenzel ist dein Freund, aber du musst zugeben, er hat dieses Unheil selbst über sich gebracht. Gewiss hat der König seine Pflichten verabsäumt und die Ordnung im Land muss wiederhergestellt werden, aber die Herren, die sich Siegesmund anschlossen, konnten sich wohl kaum vorstellen, was ungarische Ordnung bedeutet. Ungarische Ordnung? Mich beunruhigt Herr, wie ein guter Christ auf solche Brutalität zurückgreifen kann. Vermutlich hatte er nicht gedacht, dass der Adel hinter dem König stehen würde. Aber dank ihm reißen wir uns gegenseitig in Stücke und er muss nun für Ordnung sorgen. Aber warum in Gottes Namen muss er sich dieser Barbaren bedienen? Geld ist die Wurzel allen Übels, junger Herr. Kriege Kosten. Und dieser hier dauert schon ein Jahr. Siegesmund ging die Münzen aus. Da er keine Ritter zahlen konnte, rekrutierte er diese Hurensöhne. Und je weniger er zahlt, desto mehr plündern sie. Deshalb griff er uns an. Er wollte unser Silber. Was willst du? Hier hast du nichts zu suchen. Verschwinde! Warte, das ist Heinrich. Heinrich, der verschwand, obwohl ich ihn ausdrücklich anwies, in Thallenberg zu bleiben. Tut mir leid, Herr, aber ich musste meine Eltern begraben. Musstest? Denkst du, du bist der Einzige, der jemanden verlor? Aber die anderen gehorchten ihrem Herrn. Und du hast nicht nur beinahe dein Leben vergeudet. Herr Robert und seine Männer riskierten ihres, um dich zu retten. Es musste sein, verzeiht. Ha, da hast du's. Was sein muss, muss sein, ratzig. Dein Vater war ein bemerkenswerter Mensch. Und deine Mutter? Sie war es ebenfalls. Sie verdienen ein christliches Begräbnis. Gelang es dir? Nein. Räuber überfielen mich. Ich wäre nicht hier, wenn dieses Mädchen nicht gewesen wäre. Mädchen? Die Müllers Tochter, Theresa. Die Müllers Tochter rettete dich vor den Schurken? Das ist mal eine gute Geschichte. Ich verdanke ihr mein Leben. Sie lenkte sie ab und brachte mich nach Ratai. Aber ohne Herrn Robert wären wir beide tot. Das nenne ich ein anständiges Weib. Halt gut an ihr fest. Trotzdem, eine Schande, dass deine Eltern in ungeweihtem Boden bestattet wurden. Das bedeutet das Fegefeuer für sie. Schweig, Mönch. Ich hab dich nicht geladen, damit du hier alles verschlingst und dabei auch noch Predigten hältst. Wenn du so besorgt bist, Pater, solltest du dich selbst um die Rettung der Seelen dieser ehrbaren Christen bemühen. Reise nach Skalitz und weihe ihre Gräber. Ich versichere dir, solltest du von Banditen getötet werden, wird deine Seele in den Himmel auffahren. Vorausgesetzt, jemand beerdigt dich in geweihtem Boden. Wenn denn etwas übrig bliebe. Aasfresser stürzten sich gewiss auf so einen Happen und hinterließen nichts als Knochen. Und ein Skelett gleicht dem anderen. Wie also sollten wir denn gottgewollte Gebeine von Siegesmunds Tartan unterscheiden, meine Herren? Sei es, wie es sei. Weshalb bist du hier? Ich hole dein Schwert zurück. Schwert? Mein Schwert hängt hier an meinem Gürtel. Nein, das Schwert, das mein Vater für dich schmiedete. Einer der Banditen stahl es mir. Sie bringen ihn fast um und er will schon zurück. Kommt wohl nach seinem Vater. Junge, ich verlor eine Burg, ein Dorf, die Silberminen und die Hälfte meiner Untertanen. Was sollte mich ein Schwert kümmern? Weil es das Letzte ist, das mein Vater schmiedete und ich ihm versprach, es dir zu überbringen. Ich verstehe. Ich würde es genauso sehen. Aber Vorsicht ist besser als Nachsicht. Und ein Toter hält keine Versprechen. Richtig. Ein Weib musste sein Fell retten und jetzt dürstet es ihm nach Rache. Was für ein Narr bist du, Junge! Er ist kein Narr. Heinrich, du hast Mut. Aber du benötigst Übung, Waffen, ein Pferd. Oder willst du dich beim Würfelspiel rächen? Nein, Herr. Bitte nimm mich in deine Dienste und gib mir die Chance, all das zu erlernen. Eine Unverfrorenheit! Flieht feige vor dem Feind. Missachtet Befehle. Überlistet Herrn Dywisch, verliert dein Schwert, bringt Herrn Robert in Gefahr und nun will er eine Beförderung? Vielleicht hat er recht. Er hat recht. All das ist wahr, Herr. Nur feige ist er sicher nicht. Du wärst auch weggerannt. Glaub mir. Er muss gemaßregelt werden. Aber wie bestraft man jemanden, der alles verloren hat? Hm? Mut und blinder Gehorsam zeichnen einen guten Knecht aus. Aber ein weiser Mann weiß auch Loyalität, Beharrlichkeit und Willenskraft zu schätzen. Das Schwert war von feinster Handwerkskunst. Wenn es ihm gelänge, es zurückzuholen, wäre ich nicht abgeneigt. Mein Herr, er ist ein Bauer. Du kannst aus ihm keinen Knappen machen. Warum nicht? Man macht auch aus Schweinen Pfarrer. Heinrich ist kein Bauerpater, sondern Schmied. Und die neuen Umstände erfordern seine Fähigkeiten. Du möchtest also in meinen Dienst treten? Herr, ja, möchte ich. Du wirst es nicht bereuen. Oh, doch, das werde ich wohl. Ich tue das für deinen Vater. Enttäusche mich nicht. Oh, wie es scheint, ist dir das Glück heute doch noch hold, Junge. Mach's Beste draus. Wenn ich darüber nachdenke, Herr Hanusch, Der Junge braucht Erfahrung und du benötigst einen Speerträger, richtig? Hm, das ist wahr. Der Vogt beschwert sich ständig, Schwierigkeiten mit deinen Leuten zu haben. Einer der Iren unter den Wachen wäre hilfreich. Womöglich. In jedem Fall wäre es eine wertvolle Erfahrung. Doch eines steht fest. Du wirst ihn bezahlen. Mir kann ich nicht bezahlen. Hauptmann Bernhard, bilde ihn aus. Und schicke ihn dann zum Vogt. Ja, Herr. Und schone ihn nicht. Verlass dich darauf, Herr. Hast du gehört, Heinrich? Enttäusche mich nicht. Werde ich nicht, Herr. Auf dem Punkt, das Ende der Zwischensequenz, Spiel gespeichert. Und wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Quest abgeschlossen. Das erwachen. Bis gleich. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.